Ja, C.T.M. Was ist C.T.M.? Wer ist C.T.M.? Warum C.T.M.? Mein Name ist Christina Maywald. Eigentlich heiße ich Christine, aber als ich meinen dritten Ex-Mann, ja ich bin dreimal geschieden, als ich meinen dritten Ex-Mann kennenlernte, kannte er mich nur unter Tina. Und als wir dann zusammenzogen und heirateten, war es dann irgendwie so eine Symbiose aus Christine und Tina, dass dieses Christina entstand mit dem großgeschriebenen T. Und irgendwann suchte ich nach einem Logo, ich versuchte alles Mögliche, unter anderem auch die drei großgeschriebenen Buchstaben meines Namens, also von Christina Maywald, C.T.M. und ich habe Logo gemacht und ich habe gezeichnet und bis ich irgendwann dann gesessen bin und gesagt habe, was macht man mit C.T.M.? Naja, eine Marke, ganz einfach, so ist C.T.M. entstanden.